Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Trampoline 2021 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das 6Bros 6Jump 3,05M gewählt. Das 6Bros 6Jump 3,05M ist ein guter Kompromiss, damit jeder sicher springen kann. In der Tat hat es einen feuerverzinkten, nahtlosen Rahmen. Das bedeutet, dass eine Rohre in einer Flüssigkeit aus geschmolzenem Zink getaucht wurden. Infolgedessen profitieren sie von Schutz sowohl innerhalb als auch außerhalb. Sie haben dann die Gewissheit, dass sie nicht brechen. Außerdem ist jede Feder dieses Geräts ebenfalls verzinkt und jede von ihnen ist sinnvoll um den Boden herum positioniert. Ihre Aufgabe ist es, die Bespannung in Position zu halten. Darüber hinaus bieten sie Schutz vor Korrosion. Was den Schutz der Matte betrifft, so handelt es sich um eine PVC-Plane, die wasserdicht und robust ist. So werden Stürze gut abgefedert. Darüber hinaus ist das Sicherheitsnetz dieser Anlage 180 cm lang und hat einen Eingang, der mit einem verstärkten Reißverschluss geschlossen wird. So können ihre Kinder ohne Angst zurückspringen. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir das Disopo Falttrampolin gewählt. Dieses Klapptrampolin hat alle Tests mehrfach bestanden, um zu den besten Trampolinen zu gehören, die derzeit erhältlich sind. Es besteht also keine Verletzungsgefahr, geschweige denn eine Überlastung der Knie beim Abprallen. Die 32 Federn dieses ultra-robusten Geräts haben eine abgerundete und sichere, dreieckige Form. Dadurch bietet es genügend Elastität und Halt, um bis zu 100 Kilo auf dem Trampolin zu tragen. Der Stoff dieses Disopo ist mit 8 Nähten versehen, die wesentlich dazu beitragen, die Lebensdauer dieses Modells zu verlängern. Übrigens ist es nicht nur ein Kindertrampolin, sondern auch für Erwachsene geeignet. Im Grunde genommen ist es für die ganze Familie geeignet. So können Sie Ihre Rebounds üben oder Ihre Mini-Trampolin-Übungen machen, während Sie Spaß haben. Ebenso kann man beim Fernsehen üben, allerdings müssen die Kinder ihre Sprünge unter Aufsicht von Erwachsenen ausführen. Ein kleiner Nachteil ist, dass der Aufbau dieses Produkts länger dauert. Auf dem zweiten Platz haben wir das Sportplus 305 und 366 cm Gartentrampolin gewählt. Das Sportplus 305 und 366 cm besteht aus verzinktem Stahl und ist sehr rostbeständig. Darüber hinaus verfügt es über eine hohe Kapazität, die es ermöglicht, mehrere Springer gleichzeitig unterzubringen. Dieses Gartengerät ist sehr einfach aufzubauen, sodass sie schnell zu ihrem Vergnügen kommen. Einige Eltern haben dieses Modell als das beste Trampolin 2021 gewählt. Dank seiner Umzäunung, der Spannbänder, die die Federn bedecken und der Netze, die mit Schaumstoff gepolstert sind, bietet es eine zusätzliche Sicherheitsschicht. So können die Kinder den ganzen Tag darauf hüpfen und spielen, ohne Angst vor Verletzungen zu haben. Außerdem sind die vielen Oberflächen dieses Trampolins mit UV-Schutz behandelt, da es lange Zeit in der Sonne stehen muss. Das macht es mit der Zeit haltbarer. Die andere Besonderheit dieses Trampolins ist, dass sie es auch für ihre tägliche Fitness nutzen können. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf Platz 1 haben wir das Sportplus 126 cm Folding Fitness Trampolin gewählt. Das Sportplus ist das beste Trampolin in diesem Vergleich. Es stärkt in der Tat den Körper, das Gleichgewicht, die Motorik und die Koordination wie ein Rudergerät. Wenn Sie Ihre Übungen auf diesem Gerät machen, werden 400 Muskeln trainiert. Darüber hinaus haben die elastischen Gummiseile dieses Produkts die Aufgabe, Sprünge ideal abzufedern. So schonen Sie Ihre Gelenke und verleihen Ihnen eine gewisse Flexibilität. Außerdem ist die Trampolinplane rutschfest. Sie bietet Ihnen einen besseren Halt während des Trainings, indem Sie Stürze verhindert. Das 126 cm faltbare Sportplus ist durch seine Spanner extrem leise. Zudem gibt es eine Rundabdeckung. Dies ist eine Beschichtung, die mit diesem Modell geliefert wird. So bietet er einen wirksamen Schutz für Ihre Füße, falls ein Rückstoß zur Seite überläuft. Was man jedoch an diesem Sportplus kritisiert, ist die Schwierigkeit seiner Montage, wenn man alleine ist. In der Tat, auch wenn es mit speziellen Werkzeugen kommt, ist es nicht einfach, seine Gummischnüre zu spannen. Ich lade Sie nun ein, die Beschreibung dieses Videos zu öffnen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn dieses Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den Top Tech Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, das war Top Tech, ciao, ciao.